Aufgabe A2.3 Zeigen Sie durch Rechnung, dass für die Länge der Strecke mpn in Abhängigkeit von x gilt, mpn ist gleich Wurzel aus x²-13,09x plus 84,09 cm. Wir wissen, die Punkte pn liegen auf der Strecke bs. Das war vor unserer p1. Ich benenne jetzt einfach mal das pn, um Sie es besser vorzustellen. Wir brauchen die Strecke mpn, also diese hier. Schauen wir mal nach, ob es einen Dreieck gibt, wo uns viele Strecken oder Winkel sogar bekannt sind. Schauen wir mal das Dreieck mf1pn an, bzw. mfn. Wir kennen diese Höhe hier nicht. Das haben wir speziell für p1 ausgerechnet, aber für pn ist uns unbekannt. Auch von fn nach m kennen wir sie nicht, weil dieser Punkt f1 ja wiederum von pn abhängt. Also das Dreieck bringt uns gar nichts. Schauen wir uns jetzt ein anderes Dreieck an. Wir kennen unten die Seite bm. Die haben wir oben schon mal ausgerechnet. bm mit den 9,17 cm. Wir kennen den Abstand von pn zu b, nämlich das sind die x cm. Für die vorherige Aufgabe war x gleich 4, das heißt vorhin waren es 4 cm. Was kennen wir noch? Diesen Winkel hier. Den hatten wir auch schon mal ausgerechnet, und zwar mit 44,46 Grad. Dieses Dreieck mpnb ist nicht rechtwinklig. Das heißt, wenn wir eine Strecke oder einen Winkel berechnen wollen, müssen wir schauen, ob der Sinussatz oder der Cosinussatz dafür funktioniert. Für den Sinussatz bräuchte ich zwei Winkel, ich habe aber nur einen gegeben. Schauen wir nach, ob der Cosinussatz funktioniert. Für den Cosinussatz brauche ich einen Winkel und drei Seiten. Die erste Seite ist gesucht, die zweite Seite ist gegeben, die dritte Seite ist gegeben und ein Winkel ist gegeben. Damit müsste der Cosinussatz funktionieren. Wir beginnen immer mit der Seite, die dem Winkel gegenüber liegt. Also der Seite pnm zum Quadrat ist gleich bm² plus bpn² minus 2 mal bm mal bpn mal cosinuss des Winkels. Das heißt, der hieß hier vier. So, pnm bzw. mpn ist gesucht. Das setzen wir für die anderen unsere Zahlen ein. bm waren also 9,17 cm. bpn war das x minus 2 mal 9,17 cm mal x mal cosinus von 44,46 Grad. So, wenn ich die Strecke pnm haben will, muss ich die Wurzel daraus ziehen. Hier habe ich meinen Quadrat vergessen. Hier habe ich meinen Quadrat vergessen. Und hier habe ich meinen Quadrat und habe hier x cm. 9,17 cm. So, die Wurzel noch. Und jetzt kann ich alles, was unter der Wurzel steht, noch vereinfachen. 9,17 cm zum Quadrat entspricht dem 84,09. Quadratzentimeter plus x². Quadratzentimeter plus x². Jetzt minus 2 mal 9,17 mal cosinus von 44,46. Quadratzentimeter plus x². Müsste den 13,09 entsprechen. Hier habe ich dieses Zentimeter vergessen. 13,09 mal Zentimeter mal x Zentimeter. Hier. Um jetzt nicht ständig die Einheiten hier noch dabei zu haben, wir wissen ja, pnm ist die Länge einer Strecke und die wird in Zentimeter angegeben. Das heißt, ich kann theoretisch alle Einheiten aus der Klammer rausziehen und einmal mit Zentimeter hinten hinschreiben. Das mache ich im letzten Schritt, indem ich auch noch sortiere. Ich fange mit x Quadrat an. Dann kommt der Term mit nur x in der ersten Potenz, 13,09 mal x und am Schluss plus 84,09 Zentimeter.